Das Thema Extremismus ist ein ganz zentrales in unserer Landtagsfraktion. Wir haben deutlich gemacht, dass wir gegen sämtliche Formen des Extremismus wirksame Mittel suchen, und zwar nicht nur rechts, sondern auch linksextremismus und religiös motivierten Extremismus. Wir denken, die Wurzel allen Extremismus liegt in Intoleranz und Ausgrenzung. Deswegen wollen wir positiv die Toleranz als Gegenentwurf zu jeglicher Form des Extremismus setzen und dies in unserer Themenwoche mit verschiedensten Veranstaltungen auch plastisch machen.